Doppelte Buchführung, Buchungssatz richtig bilden, soll versus haben. Wie bereits in der Lektion doppelte Buchhaltung angeführt, werden die Beträge eines jeden Geschäftsfalles doppelt erfasst. Konkret bedeutet dies, dass Sie für jeden Geschäftsfall mindestens zwei Konten benötigen, wovon eines im Soll, also auf der linken Seite eines Kontos, und eines im Haben, also auf der rechten Seite eines Kontos, bebucht wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Soll-Seite und die Haben-Seite immer in derselben Höhe bebucht wird. Ob die Buchung im Soll oder im Haben erfolgt, hängt vom jeweiligen Geschäftsfall ab. Je nachdem, welche Kontoarten Sie im Rahmen des Geschäftsfalles bebuchen müssen, erfolgt die Verbuchung im Soll bzw. im Haben. Wenn Sie ein aktives Bestandskonto haben, welches sich vermehrt, so müssen Sie die Buchung auf diesem Konto im Soll durchführen. Vermindert sich ein aktives Bestandskonto, so erfolgt die Verbuchung im Haben. Und genau gegenteilig zu den aktiven Bestandskonten verhalten sich passive Bestandskonten. Hier wird eine Vermehrung eines passiven Bestandskontos im Haben bebucht und eine Minderung eines passiven Bestandskontos wird im Soll verbucht. Neben den Bestandskonten kennen wir auch noch Erfolgskonten, also Ertrags- und Aufwandskonten. Und auch hier müssen Sie wiederum darauf achten, handelt es sich um eine Mehrung oder eine Minderung. Eine Mehrung eines Ertragskontos wird im Haben verbucht und eine Minderung eines Ertragskontos im Soll. Und wiederum genau gegenteilig verhält es sich bei Aufwandskonten. So werden Mehrungen von Aufwandskonten im Soll verbucht und Minderungen von Aufwandskonten im Haben.